Okay, alles klar, wir laufen jetzt hin zu der Scheiße, legen die Minen, dann verkriechen wir uns im Wald und warten, dass die Panzer kommen. So, los geht's. Wir gehen hier unten in diese Erhöhung da. Panzerfahrt ist bereit. Ach du Scheiße! Worauf denn? Wir sehen noch nicht. Irgendwie stört mich das gerade nicht so viel, dass die Grafik so scheiße ist. Okay, ich bin tot. Ab ihn! Sehr gut. So, ich habe keine Raketen mehr. Wir gucken jetzt noch, ob da Überlebende sind. Ach so, okay. Ach du Scheiße! Ich stecke im Fenster fest und ich werde beschossen. Tschüss! Ja, ich bin unconscious, ihr könnt mich reviven. Ja, toll! Max, ich stecke im Fenster fest! Ab in den Kampf! Ab in den Kampf! Alles klar! Ich habe auch neue Helm! Ich habe auch neue Helm! Ich nehme dir Helm! Ich habe doch Lusis in den Kampf! Nimm die Helm! Ich will aber nicht Polnische Wand rein haben! Du nimmst Helm! Aber, aber, guck mal! Du kannst sogar anziehen Polnische Uniform! Uniform! Es ist 100% Polnische Qualität! Genau! Nimm die Helm! Da ist noch eine Helm! Nimm die Helm! Nimm die Helm! Nimm Helm! Wir nehmen uns auch Helm! Aber glücklich, ich habe einen Helm! Okay, los geht's! Das ist sehr gut! Da geht's! Ich habe nichts gesehen vorhin! Ich habe nichts gesehen vorhin! Ah! Ich sehe ihn! Stierf! Er ist schon tot! Er ist schon tot! Feier einstellt! Oh, okay! Ich war gerade so im Papaschki! Ich verstehe, ich verstehe! Das ist gut, Kamera, das ist schon gut! Nichts wissen wogegne! Ihr seid gern, wo bist du? Wir sind auf den Weg! Halt aus! Feind gesichtet! Feind erwischt! Max, ich bin hier! Ich revive dich! Ich kann mich nicht mehr bewegen! Wie heißt sie? Oh, ich bin reviviert! Weil es trifft! Ich glaube, das ist ein Bug! Ich kann nicht schießen, aber ich kann... Du bist genau so reviviert! Ja, das ist hier! Weil der Bug sich nicht aufhört! Jetzt revive mich! Ah, du bist wenigstens nicht unbesiegbar! Und ich bin gerade über deine Körper rübergesprungen! Ja! Besorgt! Aber ich kann nicht aufstehen! Doch! Kann nicht! Aufstehen! Los, los, los! Aufstehen! Aufstehen! Nun gehen wir nach euch, das ist wahr! Ich komme, Max, ich komme! Desert Gun, was machst du da? was soll, dass was darf ich nicht verlassen mit ihm sagen! Was darf du da sagen? Was darf sie gehen? Äh! Oh, es darf uns erkzoischen! Und das AnythingX? Dich. Du bist revived. Jetzt. Noch nicht. Ich versuche es noch mal. Weibripaßene Schode! Alles klar, weiter geht's. Achtung! Shit. Gut. Gut.